Wir sind Basti und Svenja und ihr habt zu einer neuen Woche mit Neuland-Stories eingeschaltet. Nach vier traumhaften Wochen in Irland wird es Zeit für ein neues Abenteuer und konkret bedeutet das, es geht nach Schottland. Die Landschaft, die wir gesehen haben, ist absolut crazy. Allerdings ist das Wetter eher so semi-gut. Das stört uns aber überhaupt nicht, denn wir stürzen uns trotzdem direkt ins Abenteuer. Und dazu bringen wir uns an die körperlichen Grenzen. Das ist einer der größten Challenges, die wir seit langem machen. Das ist ultra anstrengend. Was Schottland in der ersten Woche noch so alles für uns zu bieten hatte, bleibt dran, denn das wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Und abonniert unseren Kanal, um uns auch zukünftig auf unserer wunderschönen Reise weiter zu begleiten. Wenn euch das Video gefällt, Daumen natürlich am Ende nicht vergessen. Das ist alles für euch kostenlos und ihr unterstützt so uns und unseren Kanal. Hi zusammen. Das hier sollte ja eigentlich unsere allererste Folge aus Schottland sein. Und ist es natürlich auch. Aber wir sind tatsächlich noch in Irland, denn wir haben noch einen letzten fantastischen Spot auserkoren in Irland, dem wir uns auf keinen Fall entgehen lassen wollten. Und da nehmen wir euch natürlich auch noch mal kurz mit. Und da nehmen wir euch nochmal. Und da nehmen wir euch tatsächlich auch noch mal kurz vor, Wir sind hier am Chinese Crossway. Wir hatten das eigentlich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, hierher zu kommen. Wir wollten eigentlich direkten Weges nach Belfast auf die Fähre, aber dann haben uns doch noch zwei, drei geschrieben, wir sollen das unbedingt mitnehmen und es hat sich wirklich richtig gelohnt. Es ist richtig schön. Wir sind richtig früh dran, deswegen sind wir auch fast die Einzigen, nur noch zwei andere Personen sind hier noch mit uns unterwegs und ich glaube, das sollte man auch definitiv machen. Das war's. 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 So, Trains Corsair war jetzt aber auch unser letzter Halt hier in Irland, wir sind Nordirland, um genau zu sagen, unser erster und letzter Halt in Nordirland. Jetzt geht es auf direktem Wege nach Belfast zur Fähre und dann geht es nach Schottland, Baby! Wir sind irgendwie viel früher als wir dachten in Belfast. Deswegen gehen wir jetzt noch Frühstück hin und es gibt Ex-Benedict, die langversprochenen. Woohoo! Ja. 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 So, wir sind wieder schneller zurück als wir dachten. Denn Hund im Café nicht erlaubt, wenn es nicht ein Service-Dog ist und ist Peps nicht. Deswegen haben wir uns jetzt doch dagegen entschieden, noch was anderes zu suchen, weil das scheint auch in anderen Cafés oder Restaurants der Fall zu sein. Weil die Stadt so voll war, wollten wir uns da nicht rumirren. Und deswegen suchen wir jetzt ein Plätzchen, wo Peps noch mal raus kann, frühstücken im Van und dann geht es zur Fähre. Yay! Jetzt wirklich. Ha, 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 stayin' a line, stayin' a line. Okay, ich darf es mir nämlich auch schon den ganzen Tag anhören. Ha, 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 stayin' a line, stayin' a line. Ha, 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 stayin' a line. Okay, dann dürfen wir es nicht verwenden, weil wir so gut sind. Bisschen später dran, aber es geht los. Bisschen später dran, aber es geht los. Schönen guten Morgen aus Schottland. Wir sind hier gestern auf diesem Parkplatz angekommen und es ist zum allerersten Mal, seit wir seit langer Zeit unterwegs sind, dass wir zwischen so vielen Camper stehen. Aber irgendwie waren wir gestern auch verwirrt nach der Ankunft, weil es heißt ja eigentlich, dass man freistehen darf in Schottland. Dann haben wir aber bei ganz vielen Plätzen in der App Park4Night gelesen, dass man irgendwie sich Permits kaufen muss für spezielle Regionen. Wir sind jetzt hier im Loch Lohmond und irgendwie war das der einzige Platz, der frei war, also gebührenfrei. Und der komplette Platz ist einfach voller Wurmurs. Wir haben gerade noch so mit Glück gestern Abend eine kleine Parklücke gekriegt und ja, dementsprechend ist hier heute Morgen auch sehr viel los. Aber es gibt auch Toiletten, Abwasserentleeren, Chemietoilette entleeren, Frischwasser und alles umsonst. Ja, das stimmt. Direkt an dem See. Ja, das stimmt. Aber es ist schon ein anderes Gefühl und verrückt, so zwischen Campern zu stehen. Naja. Gehört auch dazu. Gehört auch dazu. Ja, das sind nicht die Einzigen, die mit dem Wurm unterwegs sind. Ja, und dann verbringen wir jetzt aber den Morgen an den Laptops und dann machen wir uns mal einen Plan, wo es hingehen soll. Der Wetterbericht sieht so lala aus, sehr viel Regen, aber mal gucken. Wir machen auf jeden Fall das Beste draus. Oder? Ja. So, wir packen jetzt zusammen. Hier hat es den ganzen Tag geregnet. Wir haben aber die Zeit ein bisschen nutzen können und ein bisschen was abarbeiten können. Wir haben uns was Schönes ausgesucht und da geht es jetzt hin. Bis zum nächsten Mal. Guckt euch das an. Es ist schon wieder übertrieben, wenn man hier durch die Landschaft fährt. Wir haben ja gestern noch nicht so viel sehen können, aber wir sind erst eine Stunde unterwegs und es ist einfach wieder nicht in Worte zu fassen. Mega. Allerdings ist das Wetter so lala. Wir hoffen, morgen früh wollen wir ein bisschen wandern gehen. Der Wetterbericht sieht sehr ähnlich aus wie heute, außer dass es vielleicht morgen früh ein bisschen besser ist. Deswegen sind wir noch guter Dinge, dass wir so ein kleines Zeitfenster haben, wo wir nicht komplett weggepustet und nass werden. Aber eigentlich können wir es gar nicht abwarten, hier mal wandern zu gehen, weil es ist traumhaft schön. Selbst bei dem Wetter. Aber heute suchen wir uns ein gemütliches Plätzchen und chillen für den restlichen Abend. Popcorn. Und vielleicht gibt es Popcorn. Popcorn. Das war's für heute. Und zu Popcorn gehört natürlich Cola, eigentlich Pepsi im Kino. Kino Night! Leider haben wir die Serie nicht, also nur auf dem Tablet und können nicht auf der Leinwand gucken. Egal. Gucken wir's halt auf dem kaputten Tablet. Guten Morgen! Wir haben hier heute Nacht auf einem kleinen Wanderparkplatz schon übernachtet. Wir waren nicht alleine, wir hatten schon einige Nachbarn. Heute Morgen hat's dann nochmal ordentlich gestürmt und geregnet. Stürmen tut's immer noch, aber wir haben schon die ersten Wanderer gesehen, die sich trauen. Deswegen dachten wir, den folgen wir jetzt einfach mal. Drückt uns die Daumen, dass wir nicht von einem Wasserguss erwischt werden. Das war krass heute Nacht, es hat richtig doll geregnet und da kommen wir hoffentlich heute nicht rein. Ich mach uns jetzt noch ein kleines Pausenfeschbar und ein bisschen Tee zum Aufwärmen unterwegs. Basti ist schon mit Pepskutzes draußen, damit die sich lösen kann und auch noch was fressen kann und dann geht's los. Peper freut sich glaube ich am meisten. Abwechslung Abwechslung Musik 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 Das ist einer der größten Challenges, die wir seit Langem machen. Es ist ultra anstrengend. Aber der Ausblick ist natürlich wieder unfassbar. Unfassbar. Unfassbar wollte ich nochmal sagen. Es ist so ein geiles Gefühl. Es ist, wie Basti gerade schon gesagt, ultra anstrengend. Aber guckt euch den Ausblick an. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich weiß schon, dass wir das Ganze jetzt wieder runterlaufen müssen. Oh, verdammt. Guten Morgen, liebe Leute. Wir sind heute extrem schwer aus dem Bett gekommen und haben gestern auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt, denn der Abstieg hat es nochmal so in sich. Und heute spüren wir jeden Muskel. Muskeln, die wir noch nicht mal wussten, dass wir sie hatten. Genau, überall Muskelkater und das wird wohl auch noch ein paar Tage so bleiben. Ja. Aber es hat sich extrem gelohnt. Es hat richtig Spaß gemacht gestern und waren auch richtig stolz auf uns. Aber jetzt müssen wir den Körper erstmal wieder regenerieren lassen. Ja. Und das war es damit auch für diese Woche. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei wart. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und Daumen nach oben nicht vergessen. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche weiterhin aus dem schönen Schottland. Bis dann. Danke. Ende.